Das ist meine Bofen. Mein Haus ist so groß und hell. In der Küche gibt es der Mikrovel, der Backkofen, der Kuhlskrank, der Herr und ein Bache Becken. Es gibt auch Kranke für Lebensmittel und trauriges Gehirn und einen kleinen Raum, in dem sich die Waschmaschine und das Bögelbrett befinden. Mein Haus hat zwei Badesirne. Eine befindet sich auf dem Flur und hat eine Badewamme mit Dusche, ein Waschbrechen mit Spiegel und einen kleinen Skrank. Es gibt aus drei Räumen. Das ist Schallzimmer. Das Zimmer, meine Eltern ist, hat ein Bett. Es gibt zwei Natschtitze, einen Skrank und eine Kommode mit Fremdhäste und ein Adress mit einem Spiegel. Es hat ein Badesirne mit Dusche, einen kleinen Skrank, einen Spiegel und ein Waschbickel. Das zweite Kindersimmer. Es hat zwei Skrank, das Bett, die Kommode, der Natschtitze und Regale. Der dritte Raum ist der Arbeitszimmer, das Schrank, das Bett, der Arbeitstisch, der Stuhl, der Computer und das Regal. Ein Geraumiges von ein Zimmer, zwei Sofas, einen Kautich, einen Sprank mit Fremdhäste und Dertich mit sechs Spüllen, einen Sprank und einen Sessel. Und es lieblich gibt es meinen Balkon mit einer schönen Aussicht. Und wir haben auch eine Garage. Und wir haben auch eine Garage. Untertitelung des ZDF, 2020